Oh, liebe Angie, was hast du mit uns vor? Oh, liebe Angie, das Chaos steht kurz bevor. Nach den schwierigen Monaten freuten wir uns auf den möglichen Touchdown, Touchdown. Und stehen wir uhrplötzlich vor dem nächsten Shutdown, Shutdown. Oh, liebe Angie, was hast du mit uns vor? Oh, liebe Angie, das Chaos steht kurz bevor. Wir dachten, dass ihr da seid, um das Unglück zu vermeiden. Nun steuern wir gemeinsam mit voller Kraft auf ein Eisberg zu. Auf ein Eisberg zu. Oh, liebe Angie, was hast du mit uns vor? Oh, liebe Angie, das Chaos steht kurz bevor.